Für uns haben jetzt die Pfingstferien angefangen, das heißt wir haben jetzt zwei Wochen Ferien. Normalerweise würden wir es hier mit Freunden machen und vielleicht auch ein bisschen verreisen. Aber uns geht es ja gar nicht. Allerdings sind die Inzidenz jetzt wieder so niedrig, dass wieder die ein oder andere Geschäfte öffnen und Restaurants öffnen. Das heißt vielleicht kann man doch irgendwie mal was machen. Und ja, wo ich Pläne für die Zeit habe ich jetzt nicht. Ich habe nur eine Sache mit einem Freund geplant. Dazu gibt es dann irgendwann im Laufe der Ferien oder nach den Ferien was auf YouTube. Hoffe ich zumindest. Ansonsten lassen wir uns überraschen würde ich sagen, was passiert. Ich habe ein paar Ideen was man machen kann, aber so wirklich überzeugt bin ich auch keiner von denen. Also werde ich schauen ob ich da irgendwas raus holen kann oder ihr werdet einfach nie was davon mitbekommen. Auch wenn es mir wirklich leid tut dafür, dass ihr nichts davon mitbekommt. Ich habe es nicht davon. Ich habe es nicht davon.